Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon-Gelbe-Edition! Okay, das kam nicht so dramatisch rüber, wie ich es eigentlich dachte. Wie gefällt euch das? Ich mache erst die Anmoderation, dann kommt das Intro und dann geht's weiter! Hey, ich probiere das einfach mal aus, auch wenn das gerade nicht so für mich hier zu bringen rüberkam. Aber ich werde es mal ausprobieren, mal schauen, wie das rüberkommt. So, wir hatten jetzt hier aufgehört, ich muss jetzt mal schauen, wo wir direkt aufgehört hatten. Wir hatten jetzt, glaube ich, einiges bisschen beigebracht. Genau, wir hatten Nido-King-Stärke beigebracht und so. Wir hatten aber, genau, wir hatten Pokémon gesucht, das gleichzeitig Zerschneider und Stärke kann. Ne, so war das doch. Nido-King kann Surfer, hier haben wir Stärke. Ähm, ja, brauchen wir eigentlich... Also, die Schneider brauchen wir soweit gar nicht mehr, soweit ich mich erinnern kann. Egal, so, wollen wir mal den Orden hier holen. Vorher machen wir hier aber noch einen Abstecher. Ja, der Werte der Erfahrung ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Tja, das sollte ihn nicht an seiner Arbeit stören, beziehungsweise hindern. Pilser mit auf seine Bissedaten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Äh, nö, ich hab sie mir selber angeguckt. Hast du schon Bay getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Ja, so ist das wohl. Äh, ich muss jetzt nochmal schnell schauen. Also, wir hatten jetzt... Nido-King und Nido-Queen, weil beide sind ja Gift-Boden. Müssen wir mal aufpassen. Aber wir hatten jetzt hier gesagt, ähm, Nido-King spielen wir physisch und Nido-Queen ja speziell, ne? Wegen Surfer und so. Wobei Double-Kick ja auch immer noch drauf ist. Lalalala. Ja, läuft. Ähm, Flammare Level 40, Nido-King auch schon Level 40. Müssen wir Pikachu, Tau-Boss und Nido-King jetzt trainieren. Versuchen wir mal mit Tau-Boss jetzt hier die Arena zu clearen. So, das war ja mit dieser... Ach so, in Anführungsstrichen, versteckte Wall. Äh, wir werden, denke ich mal, trotzdem alle Trainer hier machen. Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Aber natürlich. Wenn man nämlich genau hinsieht, sieht man trotzdem diese Mauer. Und ich werde da einfach drumrum-jungleieren. Ach, nach, nach, nach. So, 34. Also die haben doch hier einiges, äh, an Level. Könnte mich doch ein bisschen wehtun. Zack, fliegen. Leider... Da will ich gleich wieder rausgehen. Ich danke dir echt herzlich dafür. Nein, wir wollen nicht wechseln. Mal gucken. Alter, guck dir den Spide an. Der sieht doch geil aus, oder? So, Flügelschlag sollte doch vollkommen reichen. Reicht aber nicht. Ach, jö. Genesung. Halt, ihr müsst mich verarschen. Mal her, fliegen. Ich krieg's auch nochmal Schaden, aber den hätte ich jetzt auch so bekommen. Und... Hat gereicht. Boah, 1056 Erfahrungsmonter. So, ähm, für alle diejenigen, die jetzt nicht wundern, bla, äh, du hast schon wieder ein paar Folgen ausgelassen. Da kam eine ganze Weile nichts. Samstag und Sonntag kam jetzt auch nichts. Ähm, ja, tut mir leid. Ähm, der Doggy hat auch ein Privatleben und will gerne auch mal irgendwo anders was machen und mitmachen und, ja, alles was halt so ansteht. Ich zum Beispiel habe jetzt die letzten Tage, ähm, ein paar Pokémon auf meine Edition gezüchtet, weil ich jetzt an mehreren Turnieren teilnehme. Muss auch einfach mal sein, äh, Let's Plays stehen halt nicht an vorderster Stelle bei mir, also hat nicht die höchste Priorität. Ähm, ich möchte halt auch gerne andere Sachen machen. Und, ja, dann waren halt noch so Sachen, weil ich ja auch am Tutoring-Programm drinne bin, äh, ich selber bin halt auch noch viel am Lernen, weil ich halt auch noch nicht alles von Pokémon kenne. Also, klar, ich kenne das meiste schon. Ich weiß, ich kenne die ganzen Meta, ich kenne die Materie, aber, ähm, die einzelnen Pokémon immer noch kennenzulernen und zu wissen, was sie für Base-Werte haben, für Fähigkeiten haben und, ach du Scheiße, ähm, alles was sie halt so ausmacht, das muss ich immer noch lernen, weil einige Pokémon sind echt krass von den Base-Werten her, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im Kampf bin und auf einmal nicht weiß, Scheiße, bin ich jetzt schneller als das gegnerische Pokémon, halt, der wird mich verarschen. Ähm, das muss ich halt zum Beispiel noch alles raufkriegen, ne, und das zum Beispiel ist Tutoring-Programm gerade ziemlich gut für. Äh, ich bin nicht der Einzige, der da drin ist, wir sind eine Riesengruppe, wir, äh, tauschen uns halt alle, 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 ja, alle untereinander aus und versuchen uns halt gegenseitig alles beizubringen. Also, ich bin schon ein bisschen weiter, also ich bin schon fortgeschrittener Spieler, kann man ja schon sagen, wer sich das eine oder andere Video mal angeschaut hat, äh, weiß es ja, aber, äh, sind halt auch noch ein paar kleine Anfänge dabei, denen ich zum Glück zum Beispiel noch was beibringen kann, äh, die sind halt noch ganz große, sind zwar nur wenige dabei, aber die mir zum Beispiel noch was beibringen kann und wir da lernen zusammen halt zum Beispiel auch auf dem, äh, Pokémon-Schauen und Server rum und, äh, kämpfen da halt so ein paar Sessions und, ähm, ja, tauschen uns halt aus, ne, gucken uns das an, sehen halt, äh, kalkulaten halt die ganzen, ähm, die ganzen Angriffe, wer wie viel abzieht, warum und weshalb, wer halt schneller ist und sowas, dass das tauschen wollte halt gegenseitig aus, um halt die, das Metagame, beziehungsweise die Materie halt noch besser zu verstehen und das ist halt das, was ich halt in letzter Zeit viel mache und, äh, deswegen auch die Pokémon-Folgen mehr oder weniger, ähm, ja, nicht benachteiligt werden, aber halt doch weniger hier reinkommen, bei Pokémon Hard Gold, die Randomizer Nars Lock ist zum Beispiel, dass mir die Safe ständig, äh, abschmiert und jetzt zum Beispiel auch das letzte Mal, ähm, ich weiß nicht wann die nächste Folge rauskommen wird, weil ich hab das jetzt einmal nachgespielt, beziehungsweise, ich erzähl mal die ganze Stelle, ich hab halt, äh, mehrere Session aufgenommen und hatte gespeichert, also, als ich jetzt, ähm, gestern die Session nochmal anfangen wollte, äh, also halt nochmal neu aufnehmen wollte, weil ja heute die Folge wieder rauskommen wollten, wollte halt alles gleich wieder, äh, vorher aufnehmen, hat nicht geklappt, weil die, äh, Safe, also bei dem Emulator war es halt so, dass der obere Bildschirm die ganze Zeit schwarz war, alles, was ich in dem Menü gemacht habe, das konnte ich sehen, sobald ich aber meinen Männerkicken irgendwie sehen wollte, war alles schwarz, keine Ahnung, weshalb musste alles nachspielen und ich, Idiot, habe natürlich nicht gleich mehrere Saves gemacht, so wie man das eigentlich machen sollte, nein, ich hab genau an demselben Ort gespeichert, wie es auch vorher war, um halt nochmal zu schauen, äh, ob das jetzt an mir lag, also ob das irgendwie am PC lag, an der ROM lag oder sonst was und, ja, genau derselbe Fehler gewesen, der Screen war wieder total schwarz und da hab ich mir gesagt, leckt mich doch am Arsch, ich hab da irgendwie eine Stunde, glaube ich, dran gesessen, um den ganzen Safe nochmal nachzuspielen, um halt an dem Ort zu kommen, wo wir stehen geblieben sind, aber, ähm, ja, das war ehrlich gesagt von Arsch, also eine Stunde, um sonst irgendwie gespielt, nur um eine Safe nachzustellen, hab ich auch gleich, ähm, in dem Vorvideo gemacht, ich hab's auch hier auch ein Video gemacht, um halt so ein Beweisvideo zu machen, ähm, da ist es zu sehen, dass halt dieser Black Screen da ist und, ich weiß nicht, ich muss mal schauen, woran das, äh, liegt, ob das jetzt irgendwie an, nur an dieser besonderen Stelle liegt, äh, dass da halt der Black Screen auftaucht oder dass jetzt halt irgendwie, ähm, die ROM im Arsch ist oder sonst was, ich hab das jetzt auch, dass mit der Männerkicken irgendwie total verpixelt wird, also dass man da dieses Missing-Nutzeichen auf einmal sieht und dass alle anderen Männerkicken auch diese Zeichen haben, ich weiß nicht genau, was das ist, muss ich mal schauen, was da falsch läuft. Auf jeden Fall geht's jetzt hier mit Gelbe Edition und Mystery Dungeon noch weiter, mal schauen, wie, äh, also hier hab ich bisher keine Fehler gehabt, außer dass ich bei der Gelben Edition einmal nur die Safe gelöscht habe, aus Versehen. Das hab ich ja auch nochmal nachgespielt, kennt ihr ja alle, aber das war jetzt ja auch nicht weiter das Problem, ne. Also hier wechseln wir mal eben wieder. So, ich hab jetzt hier die ganze Zeit gelabert, ähm, ja, wobei, es gehört ja eigentlich dazu. Also wer sich jetzt wundert, äh, wann kommt hier Hard Gold wieder, das kann wirklich eine Weile dauern, weil ich muss erst schauen, ob ich Hard Gold überhaupt weiterspielen kann mit dem aktuellen Save, weil ich keinen Bock habe mit dem aktuellen Save immer neu nachzuspielen, wirklich alles immer neu nachzuspielen. Denn es dauert einfach eine gewisse Zeit und ich hab wirklich keine Lust, diese Zeit darin zu investieren, weil, äh, klar, es macht mir Spaß, das in der Space zu machen, aber nur, wenn die Save auch aktuell läuft. Ich hab keinen Bock, irgendwie eine Stunde nochmal nachzuspielen, dann nochmal 20 Minuten zu spielen, damit ihr eure Folge, äh, in dem Moment habt. Und, ähm, ich dann halt noch genau andere, also zwei andere Spiele let's playen muss für diesen Kanal, sprich Pokémon Gelb und Mystery Dungeon aktuell. Und dann möchte ich ja noch andere Sachen am Tag machen, also ich möchte ja gerne noch, äh, meinen anderen Kanal ein bisschen, ähm, wie sagt man, managen, um halt, ähm, halt zwei Kanäle, ähm, ja, am Laufen zu halten. Ich hab das eigentlich erst geplant, nur Doggedoft LP zu machen, äh, wo ich halt alles let's playe, wo ich eigentlich Pokémon auch gleich mit, ähm, let's playen wollte. Das hab ich dann nun doch gesplittet, also ein eigener Pokémon-Kanal. Und, äh, hab jetzt wirklich den Hauptaugenmark hier drauf gelegt, also auf diesem Pokémon-Kanal. Und, ähm, Doggedoft LP sollte dann halt so nebensächlich noch ein paar Let's Plays hochgeladen werden, mit ein paar anderen Leuten vielleicht noch. Aber aktuell ist, ähm, Doggedoft LP wirklich in Schleifen geraten. Der ist, also da ist schon seit einigen Zeit nichts mehr drauf. Ich bin jetzt aktuell dabei, ihn aus The Forest dazu let's playen. Ähm, gestern ist ja, beziehungsweise heute Nacht ist ja, äh, Update gekommen. Mal schauen, wie das jetzt wird. Ich will jetzt wirklich versuchen, das mit beiden, äh, Kanälen zu managen, dass ich das halt hier auf die Reihe bekomme. Und ich möchte halt nicht irgendwie so ne Save haben, wie jetzt gerade bei, ähm, Hardgold, dass ich da immer und immer wieder irgendwas machen muss, damit ich, wo, wo ich krass Zeit investieren muss. Wo ich dann keine Zeit für irgendwas anderes mehr habe. Und das, das brauche ich einfach nicht, wisst ihr. Und deswegen muss ich halt schauen, wie es mit Hardgold jetzt weitergeht. Ich werde versuchen, das nochmal nachzuspielen. Werde das jetzt mit mehreren Safes dann abspeichern gucken. Wo das Problem liegt. Ob das jetzt wirklich nur an der Stelle lag und, oder ob die ROM jetzt direkt im Arsch ist, weil die ROM ist ja manipuliert, beziehungsweise halt ein bisschen, äh, umgeändert. Äh, indem wir halt diesen Randomizer Nashlock spielen. Hä, willst du mich verarschen? Bisschen wir schauen, ne? Also, ich möchte da jetzt nicht zu viel versprechen und sagen, hey, ja, klar, kein Problem. Das wird auf jeden Fall in zwei, drei Tagen wieder laufen. Kann ich einfach nicht versprechen, weil ich einfach nicht weiß, ob die Safe jetzt irgendwie im Arsch ist durch diesen, äh, durch diese Manipulation oder ob wir da jetzt irgendwie weitermachen können. Mann, ey. Natürlich habe ich mich selber verletzt. Giftwolke ab. Ach je. Tauschen wir mal. Zora Pikachu. Giftwolke. So. Ja, also soviel dazu. Für die Leute, die jetzt Let's Play gucken und auch Hardgold-Spiel, äh, gucken, ähm, halt gleich die Nebeninformationen. Ich werde das wahrscheinlich vielleicht nochmal in einem extra Infovideo machen. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Wenn die Folge kommt, kommt sie. Wenn nicht, dann nicht. Also, ich kann nicht wirklich immer alles hier wie die Maschine ablaufen lassen und dann habt ihr es. Geht einfach nicht. Funktioniert nicht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So, hier ist nur noch der Arena-Leiter. Dann gehen wir mal eben schnell zum Pokémon-Center. Tauber-Boss wird eh gleich die Hufe reißen, ins Gras beißen, den Löffel abgeben. Ähm, ich hab da letztens so einen Witz gelesen, wo wirklich viele Bürojobs, beziehungsweise Tätigkeiten halt genannt wurden und wie die denn einfach, äh, sterben. Ähm, also irgendwie, weiß ich nicht, ähm, der Gärtner beißt ins Gras, der Koch gibt den Löffel ab, der, äh, was war da noch? Ähm, ja, da waren halt so einige Sachen. Also, ich hab mir jetzt nicht alles gemerkt. War auf jeden Fall lustig. Ähm, der, der, äh, was war da noch? Muss man auch kurz überlegen. Ich kenne halt nur so diese Standardsprüche. Der Toner verreckt. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm, ja. Läuft. So, wir werden mal Pikachu nach vorne machen. Tauber-Boss ist nämlich jetzt auch Level 40. Und, ich hab jetzt gar nicht, glaube ich, geguckt. Oder doch. 36, 37 ungefähr, so ungefähr. Muss man schauen. Und mit dem Gipfel graus. Siehst du, jetzt hab ich gar nicht vorgelesen. Wie du willst erleben, eine Welt des Schreckens. Bevor ich dich besiege, äh, an meinem Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. So, das ist der Arena-Leiter. Und Tauber-Boss ist gerade doch nicht draufgegangen. Level 44. Oh. Okay. Das war der fünfte Orden, oder? Okay, wir werden mal ein bisschen defensiv spielen. Mal schauen. So, dann der Blitz. Ah, ich hab... Pikachu kann da jetzt nicht viel machen. Ja, durch X-Angriff zieht das gleich nochmal mehr ab. K.O.? Nein, nicht K.O. Scheiße. Schlaf-Puder. Ist aufgewacht. Yay. So, Ruck-Zuck-Geb. Nicht, dass hier wieder Schlaf-Puder kommt. Äh, der Volltreffer war natürlich total... Nein, wollen wir nicht. 6 zu 40. So, Parahax darf mal ruhig kommen. Danke. Darf ruhig nochmal kommen. Toxie. So, es paralysiert, Subi. Haben wir wenigstens zwei Blutzugs und weg. Es dürfte noch irgendwie Omut kommen und... Noch ein Blutzug. Ähm. Ja, ich möchte gerne wechseln. Wir wechseln mal zum Nido-Kind. 48. Ich dachte, in der Liga sind sie schon um die 50 rum. Irgendwie habe ich das total falsch in Erinnerung hier. Wieso sind die so stark? Verstehe ich nicht. Volltreffer. Oh, oh. Wenn das ein Volltreffer war. Hm. Furienschlag. Nee. Wir versuchen es heute damit stärker. Okay. Nein. Warum? Oh, oh. Das war sehr effektiv. Shit. Okay. Wir wechseln mal wieder aus. Flammacher, los. Risikoteckel. Alter. Chill mal. Chill mal. Oh, das war sehr effektiv, ne? Ja. Uff. O-Mod. Da kommt das O-Mod. Alter, wenn das jetzt Level 50 ist, ne? Tatsächlich. Ich habe das nicht so stark in Erinnerung. Alter, ich bin hier nur mit Level 40 unterwegs. Kann doch nicht sein, dass sie so krass über dem Level sind. Wie stark ist denn die Sechse? Nee, ich habe das... Alter, ich muss das nachher erstmal überprüfen. Das geht hier doch nicht mit dem rechten Ding. Kannst du mal aufhören? Ja, jetzt kriege ich noch Toxin reingedrückt. Wenn das O-Mod mich jetzt hier platt macht, ne? Dann fresse ich Besen. Mit Keshop und Mayonnaise. Und Salz. Ja, jetzt kriege ich halt noch Schaden. Ist auch gut. So, Flammare. Jetzt mach's weg hier. Komm, einmal angreifen. Oh, nee. Jetzt treffe ich wahrscheinlich nicht. War klar. Jetzt kreist du natürlich an. Das war's mit Flammare. Versuchen wir es mit Taubos. Psychokinese. Alter, wenn das jetzt mich weghaut, ne? Nein. Natürlich treffe ich nicht. Ruxokip. Treffe ich auch nicht. Oh, nein. Wie das einfach krass schneller ist als ich. Toxin. Eine Chance habe ich noch. Weil Nidoqueen wird das auf jeden Fall nicht überleben. Oh, geil. Bitte, bitte. Kau, Kau, Kau. Nein. Leck mich ab, Arsch. Leck mich ab, Arsch. So. Pikachu. Los. Ruxokip. Ja, das trifft. Oh, geil. Ja. Hast du dein Level verdient? Na sowas. Du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenordnen. Wie bereiche? Weiß nicht. Nun, da du der Träger des Seelenordnens bist, wird dir die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. Du, 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 du. Alter, das war krass. Echt hart. Ich dachte, echt, die sind irgendwie nur um die Level 40 rum hier. Ja, eine 400 alte Technik. Jahre alte Technik. Level 50 war das stärkste Pokémon hier. Das Omot. Ich habe das nicht so stark in Erinnerung. Muss ich nachher auf jeden Fall mal schauen, ob das wirklich hier rechten Dingen so geht oder ob ich hier einfach nur eine krasse Fake-Edition habe. Naja, läuft. Also, ja, ja, macht sie mal wieder fit. So, irgendwie haben wir diese Folge nur die Arena geschafft, ne? Das hat doch schon 20 Minuten jetzt gedauert. Hm. Was ich voll davon halten soll. Dankeschön. So, das war es auch schon wieder für diese Folge, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, wie gesagt, ihr habt die Infos zu allen anderen Editionen. Also, was heißt Editionen? Eigentlich nur zu hart geholt. Müsst ihr mit Dungeon-Läuft ja wie gewohnt weiter. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann würde ich mich über einen Kommentar und einen Like und sowas halt alles freuen, ne? Kennt ihr ja das ganze Prozedere. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020